Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei. 2.000. 3.400. 8.000. Da liegen Sie falsch. Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Es ist ein Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiter verkaufst, wir schweinreich werden können. Verstehst du? Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig. Ihr werdet die besten Immobilienmachler in ganz Deutschland. Seit wann hält sie eigentlich die Reden? Du meintest, du willst nicht und ich bin schon zu breit. Wir kaufen euch. Wenn ich mit singt, ist es gefeuert. Oh du fröhliche. Er war schon immer so. Das hier ist kein Beschiss, oder? Noch eine Frage. Ja, fragen Sie euch. Das hier ist kein Beschiss, oder? Ja. 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 Ja.